äh ne Müll hier so schubidubidub machen wir ruhig ein bisschen mehr platz so die grainen wir gleich ab hier mit so einem komischen teil und von mir auch gleich noch ein teil so kommen gleich noch zwei Müllwagen hinterher wird so haben wir ein Müllproblem auch gleich vorgebeugt wir haben 500 Einwohner nur das nicht viel war das ist wirklich nicht viel mach einfach da oben hin und ist gut egal so zack und zack so hier 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 und brauchen wir ja keine shopping sachen so bildung muss man gleich noch hier die weniger bauen und dann können sie einziehen schön soja hier unten jetzt sind auch weiter wenn wir das Industriegebiet hier so weiter runterziehen das ist also ein bisschen nach da unten verlagert weil wir wollen hier oben noch häuschen bauen sprich wir mal das hier mal runterziehen dich rüber und dich runter und dich runter so so haben wir erstmal genug ausgewiesen jetzt hier können sie loslegen erstmal mit bauen so sicherlich wurde die schule wahrscheinlich aus den händen platzen 500 gestern unterrichtet so haben wir die fertig die abgeräte wie sieht es denn hier 13 13 tot am tag hallo moment mal das ist ja interessant interessant und nicht so gut würde ich sagen ok kohle ist jetzt auch alle soll mich aber nicht stören ich nehme einfach noch einen zweiten kredithof äh dritten einfach damit wir auch ein bisschen schneller vorwärts kommen in der zweiten stadt hier so ok polizei brauchen wir wahrscheinlich erstmal noch nicht gut wie sieht es denn aus hier bauen sie alle fleißig aha nachfrage an shopping sachen ist gerade gestiegen von daher werde ich jetzt hier auch gleich noch eine etwas größere shopping zone ausweisen dass sie denn auch alle möglichkeiten haben um sich ne das hart verdiente geld auch gleich wieder auszugeben soll ja in der stadt bleiben ne und nicht irgendwo anders hin getragen werden obwohl unsere region ja an sich äh ne zusammenarbeitet untereinander naja ist aber nicht viel los hier war mit bauen die sache hier gleich mal komplett ein bisschen so haben wir das erledigt dann könnten wir unsere ölquelle eigentlich auch mal ausbauen apropos ölquelle wie sieht es denn eigentlich aus hier mit jeld und so mich jetzt erst mal ja nicht drum weiter gekümmert ok da kann man jede menge bauen kohle schon wieder alle kosten das ding 10.000 nachher je auch noch mal 10.000 na gut sollte ja gut kohle rüber kommen so jetzt haben wir auch alle kredite ausgeschöpft jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen ich soll ja pleite gehen hier so was ist da unten los kann ich upgraden so rein theoretisch sollte jetzt bloß noch mal scharf nachdenken bildungsabteilung muss ja alles freigeschaltet sein genau sicherheitsabteilung ist und wir hätten ja gleich große bauen können naja ist egal feuerwachen haben wir auch alle müll haben wir auch alle also die sicherheitsabteilung der versorgungsabteilung also bildung haben wir wir haben die finanzabteilung haben wir auch sicherheitsabteilung war polizei genau tourismus haben wir noch nicht verkehrsabteilung haben aber glaube ich auch noch nicht oder regionalbusse fähren schienenverkehr für passagiere und sogar einen stadtflughafen ja das wäre ja das einzige ja komm bauen wir straßenbahnen züge bahnhof für personenverkehr ok bahnhof für deutschen hochgeschwindigkeitszug aha boote und flugzeuge stadtflughafen naja ok so gut aber ist erstmal nicht so wichtig würde ich sagen jetzt stromtechnisch aus geht so abwasser löft so zack steht schon der erste zweier sonst stehen sie ja noch schon mehrere zweier sehe ich gerade ja was wollte ich jetzt machen was wollte ich jetzt machen ich wollte auf jeden fall mein versanddepot ausbauen mit den lkws und hier auf jeden fall auch noch lkws wo kann ich denn stellen hier kostet 10.000 ehn haben so weit 4000 barrel am tag ok so nehmen wir ist ja nicht das problem juet ok stadt geht ja schon mal ganz gut wie sieht es aus schule 700 ok so so zone aha gut rein theoretisch müsste ich jetzt hier wieder ein parken bauen mach ich auch einfach so da habt ihr da können sie wieder upgraden mensch der hat so einfluss bis hier unten hin schade dass man das nicht immer so genau sieht das wäre richtig cool wenn ich jetzt hier auf den park klicke einfach dass man den Einflussradius sieht aber naja ist nicht brauchen wir uns nicht weiter darüber beschweren was nicht ist ist nicht genauso wie das äh straßen upgrade äh ding was ja auch noch nicht was man ja auch immer jetzt noch einzeln anklicken muss das ist ja nun mittlerweile auch noch nicht drinnen was ich eigentlich für das wichtigste noch halte hier mal die straße einzeln anklicken ist halt super nervig jetzt machen wir hier irgendwie so teilstücke hat so kleine naja gut ok die wollen noch mehr industrie mal gucken wie wir das hier verschreckt machen hier so lang ziehen doof 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 so halt zu spitzer winkel alter wird ja krumm und schief hier die scheiße naja so wie sieht es denn überhaupt ausbildungstechnisch große probleme im gesundheitssystem warum eigentlich alles klar ja juet die nächste stupe wäre jetzt nicht schlecht aber das dauert noch eine weile beziehungsweise werden wahrscheinlich noch ein polizeirevier bauen müssen was wir jetzt noch machen 30.000 ok so was sie weiter überlegen hier wie wir hier weiter planen und bauen das ist natürlich quatsch wk gebaut habe sie gerade hier komplett nix gebaut wird abreißen weil nicht effektiv ja nehmen wir die weg kann ja auch irgendwie kurven bauen es macht die ander alter was wir haben ja zu wollen ist ja furchtbar da kann so lang gehen lassen würde die all also nicht die müllanlage verpiss dich ach so den kannst du ja auch kannst du machen Ja, du geh. Man, du nervst. Aha, der hat jetzt einfach unseren Müll aufgehessen, kann ich irgendwie nicht Jut heißen. Das kann ich überhaupt nicht.